Und wie? Da ist er wieder da? Ja ja. Ich habe jetzt ein Jahr Pause gemacht, weil ich wollte mir die Haare wachsen lassen. Was ist passiert? Guck mal da. Flächendeckend, keine Löcher oder so, das ist super. Haku von Garnier. Ich habe ab und zu reingeguckt, was der dumme Kopf so macht und ja, der spielt halt immer noch Counter-Strike. Das ist halt, ich weiß es auch nicht. Ich würde den Pokémon bevorzuge oder Tetris, aber der macht halt immer noch das Ding da. Ja, was ist denn das? Dann, dann, dann ist es eine ganze Zone. Als ich es früher noch gespielt habe, war das netto frei. Was ist denn das? Eine gefährliche Zone oder was? Im Chirurgi. Mir rocke es ich gern. Hallo? Das spielt auch keiner. Warum mache ich sowas rein, wenn das keiner spielt? Dumm Cap. Gut, gut. Ich habe auch lange genug gewartet jetzt, gell? Ist doch ein Hagekreuz, oder? Hey! Was ist denn das? Kann man zum Boot fahren oder was? Ei, das ist geil. Das ist geil. Los! Check! Fahr los! Und das da? Aha. Aha. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich... Uah! Das ist ja wie früher bei der Fallschirmjäger. Ab mit den Normandee! Ich habe ein Fallschirm. Fallschirm! Los! Ist das geil. Ich gehe gerade noch einmal fliegen jetzt, was er macht. Oha, das ist ja eine Absprung-Plattform. Fajam! Wuhu! Guck mal da, wer ist denn das? Anthony? Anthony? Ah, Anthony, ne! Was ist denn da, Cheines? Aha. Guck mal, wie geil die aussieht. Das ist ja schick. Dreh's schick. Hey, Anthony. Hallo! Haha. Aber was hat denn der Leckeres? Was hat denn der Leckeres so für mich, hä? Ah! Oh Gott! Ach Gott! Ah! Was ist denn das? Öh! Koks! Ich stehe unter Droge jetzt. Unter Droge, eiflos. Klasse. Wo ist denn das Schild? Ah! Guck dir das mal an! Mach doch mal nen Schuss, hä? Trau dich, wag dich. Komm her. Sollen wir uns mal boxen, oder was? Hä? Hast du ja vielleicht lustig mal zu boxen, oder wie ist das? Der Vanguard! Äh, Schluss aus! Es ist Ruhe jetzt! Was? Wo geht denn die? Oh, danke! Ach gut! Das ist ein Service! Danke! Tschüss! Das war ich schnell direkt, Mann! Das ist ein schönes Spiel! Oh, ne! Ach gut! Ach gut! Ach gut! Der schießt zurück! Ne! Da will ich nicht hingehen! Tschüss! Tschüss! Irgendwo ballerts aber auch langsam mal bei dem, glaub ich, im Kopf kann das sein! Ich geh einfach da unten rein! Ah! Gott! Da ist der A-Renner! Huh! Das war knapp! Knappes war das so! Huh! Ich sag das zum Gute, mein Freund! Das war ein Dappes, der Kerl! Aber komm ich denn jetzt so raus? Das ist ja ein Irgadda da unten, oder? Ne, ich will doch in der... in der Hochheilich! Hoch! Nup! Ich weiß nicht, wie der Wabler sowas spielen kann, ne? Das ist doch stinklangweilig! Ich will renn nicht rum und schieben! Ich steig! Super! Mein Pokémon! Du kannst einen Pikachu in die Hand nehmen, weißt? Was ist denn da noch Leid überhaupt? Kugeli guck! Wo seid ihr denn? Hi! Hallo! Kuckuck! Monsieur! Guck in der Ahr! Aha! Was ist denn los mit dir? Huh? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war jetzt grad mal gefährlich da! Hey! 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 Was hab ich denn eigentlich da? Was ist denn eigentlich da? Was ist denn das? Was macht denn die? Tick-Tack-Tick-Tack-Bombi geht hoch! Putz, Alter! Uah! Oh, 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 oh! Was ist denn das für ein rotes Ding, huh? Ah! Hilfe! Oh! Ach! Ach! Ich weiß auch nicht, was der Wabler will mit dem dummen Spiel da euch! Also ich hab gegen was, was gespielt? Doomskipp oder was? Guck mich doch einfach an! Oh, grazil wie ein Schwan! Ich sag's euch immer wieder, das ist das einzig wahre Spiel! Guck's doch an! Oh, da brauchst du auch ein bisschen Du gibst Smoky Splash im Kopf, ne? Du musst es können und... Ah!